Für was Ernstes hab ich hier gerade nix in Aussicht. Boah, wenn er sein nächstes Date hat, ne, wenn er sein nächstes Date hat und dann da wieder sitzt und dann seinen Standardtext sagt, so wie, ja, lieber hab ich hier ne Freundin, äh, als 1000 Euro zu gewinnen. Hab ich zu der Franzi klipp und klar gesagt. Ich schwöre, soll mich das Blitz treffen. Leider war es an einem Tag, äh, von einem Wetterverheiratnis nicht möglich. Please hold for a very important message. Hallo, Schnuffellasen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche TrashTV. Es geht heute weiter mit Are You The One, Folge 11, ich bin's, euer Lieblingsroaster mit Herz. Schön, dass ihr da seid. Ich hab das erste Mal, glaub ich, gesagt, willkommen zu einer neuen Woche. Und zwar, äh, hab ich ja jetzt sonntags immer einen Talk mit Marquiel. Und es fühlt sich wieder so an wie früher, als ich noch in der Bank gearbeitet habe. Weil da hatten wir so ein wöchentliches, wie nannte sich das, Jurofix. Und jetzt fühlt es sich auch so ein bisschen so an. Wir machen uns ja, äh, in einer Notizdatei, die sich immer aktualisiert. Also ich kann dann immer gucken, was Marquiel geschrieben hat und er kann gucken, was ich geschrieben hab. Machen wir uns zu jedem Format unsere Notizen und dann reden wir am Ende der Woche drüber. Und irgendwie fühlt es sich seitdem wirklich an wie so eine Arbeitswoche. Ich weiß nicht, ich finde das super schön, dass wir uns da am Ende nochmal über alles, was so passiert ist, unterhalten können. Ich mag sowieso die Harmonie zwischen Marquiel und mir. Schaut euch gerne unseren letzten, ja, ähm, Roast der Woche an. Den findet ihr hier. Ich muss mich selber erstmal dran gewöhnen. Im letzten Roast, ähm, ist im Live-Chat ein Thema aufgeploppt. Ihr werdet das vielleicht mitbekommen haben, vielleicht nicht. Äh, eine Kollegin von mir namens Yvonne Moulin, ähm, um die geht es. Ich brauchte jetzt ja kein großes Geheimnis drum zu machen. Und da hab ich im Chat, äh, etwas erfahren über ihre Vergangenheit. Und ich hab das vorher noch nie gehört. Und hab dann einfach, also ich saß am Strand, ähm, ich hatte vorher noch ein Nickerchen gemacht mit meiner besten Freundin hier am Strand. Und, äh, dann hab ich das im Chat erfahren. Und ich so, hä, hab da noch ein Bild zugeschickt bekommen. Wo ich so gedacht hab, okay, jetzt fällt mir gerade alles aus dem Gesicht. Nicht, weil ich das schlimm finde, sondern weil ich das einfach nicht wusste. Und, ähm, dann hab ich da auch etwas geschrieben. Daraus ist etwas entstanden. Und, ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass meine beste Freundin dabei gewesen ist. Weil, ähm, die, ähm, hat wirklich die richtigen Worte für mich gefunden. Und ich hab auch meine beste Freundin Katta darum gebeten, ein Video extra zu diesem Thema zu machen. Aber ich brauche Katta unbedingt an meiner Seite, weil, ähm, ich bin, äh, natürlich stets bemüht, an mir zu arbeiten. Und besser mit gewissen Dingen umzugehen. Aber nichtsdestotrotz bin ich bei dieser Thematik so in mein Ego abgerutscht, dass das einfach nicht mehr, äh, äh, gar nicht das ist, was ich möchte. Und deswegen werden wir uns über dieses Thema unterhalten, äh, in einem extra Video. Ja, wir hatten das gestern schon gemacht, aber Katta hatte keine Lust mehr, sich zu schminken, weil wir auch nicht ausgegangen sind, sondern irgendwie zwölf Stunden in Valencia waren. Und dann hat es dafür nicht mehr gereicht. Aber es hat dafür gereicht, dass sie mir die Nägel lackiert hat, Leute. Das ist so eine richtig krasse Challenge für mich. Also eine richtig krasse Erfahrung. Ich wollte das unbedingt. Ich spiele schon ganz, ganz lange mit diesem Gedanken. Und zwar bin ich ja konservativ serbisch aufgewachsen. Und da war das immer ganz, ganz schlimm, irgendwas zu machen, was weiblich sein könnte. Und deswegen, es fühlt sich noch ein bisschen komisch an, aber ich brauche, ich brauche diese Erfahrung. Deswegen hat Papa jetzt lackierte Fingernägel. Und irgendwie, ja, muss ich mal gucken, wie sich das so entwickelt. Na, also, soviel dazu. Falls du neu bist auf meinem Kanal und auch wachsen möchtest, inneres Wachstum und äußeres und keine Ahnung, was alles wachsen soll bei euch erreichen möchtest, dann tritt uns bei, abonniere diesen Channel, werde ein Schnuffelhase. Seid dir nur über eine Sache bewusst. Und zwar sind wir nicht nur reflektiert und stehen zu unseren Fehlern, wenn wir mal welche gemacht haben, sondern wir gucken uns ja auch immer die Werbung an auf dem Kanal, weil das unterstützt Papa. Und während ihr dann die Werbung guckt, die ist nämlich auch gut für euch, das ist so eine kleine Denkpause, da könnt ihr dann einen Kommentar hinterlassen und einmal sagen, wie ihr in dieser Folge meinen sexy Micha findet. Ich habe mich zwischendurch geschämt, dass ich jemals gesagt habe, ich finde ihn super heiß. Ich finde ihn aber weiterhin heiß, nur macht er sich mit seinem Charakter das kaputt. Also ich finde, Menschen können noch so heiß sein physisch, aber wenn sie einfach wasted sind innerlich, ist es natürlich schwierig und er präsentiert sich hier von einer Art und Weise, dass es kaum noch vertretbar ist, aus meiner Position, den noch als heiß zu betiteln. Was sagt ihr zu Micha? Ist das alles nur Show? Ist er wirklich so? Ist er vielleicht daneben? Macht er sich gerade alles kaputt im Leben? Im Trash-TV-Leben? Was sagt ihr dazu? Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt. Wir wollen einmal gucken, ob Ricarda und der Felix ein Match sind. Aber vorher sage ich euch noch, warum ich unbedingt gerne Brüste hätte haben sollen. Weil ich würde mich genauso benehmen wie Ricarda. Das ist so ein Running-Gag zwischen Kata und mir. Immer wenn irgendwas ist, gestern auch im Wasser ein paar Male, bin ich so hoch und runter gehüpft, weil ich hätte manchmal voll gerne so große Brüste einfach, um meine Freude noch ein bisschen besser ausdrücken zu können. Das ist so. Nein, sie sind also kein Perfect Match. Ja, natürlich glücklich, dass ich noch hierbleiben kann, aber was soll ich sagen, ne? Also mit so einer Frau rauszugehen, wäre natürlich eigentlich sechs am Lotto. Ja, aber guck mal, das ist ja nicht so, als hättest du dann was davon. Du würdest diese Show mit ihr verlassen, aber du hast sie ja nicht. Der denkt auch, sie ist so eine erwerbliche, die man dann gebucht hat und dann hat man die. Nein, hast du nicht. Die ist einfach, die Ricarda ist völlig selbstbestimmt. Ja, die steht auf ein bisschen Gewalt im Bett, aber das bedeutet nicht, dass du die ausüben darfst. Die Ricarda ist nicht mehr ein Perfect Match. Kommt Zeit, kommt Rat, ne? Was macht da? Kommt Zeit, kommt Rat. Ja, ich weiß nicht. Also bei manchen, ja, wenn man sich hören möchte, wenn man sich mit sich beschäftigt und so, dann kommt wahrscheinlich mit der Zeit auch Rat. Aber ich glaube, wenn du einfach weiter so agierst, wie du es tust, in deiner üblichen Komfortzone, die für viele Außenstehende erschreckend ist, dann kommt dann wahrscheinlich mit der Zeit gar nichts. Also gar nichts, außer weitere Empörung. Jetzt erzählt er der Isabel erstmal, warum er denkt, dass sie sein Perfect Match ist. Und jetzt wird er sich ein bisschen mehr auf die Innereien, glaube ich, fokussieren. Weil du bist klein, du bist blond, du bist gemacht, voll, mein, den Geisteskrank. Geisteskrank, ja, das trifft es ganz genau, weil hast du irgendwas über ihren Charakter gesagt? Beziehungsweise hast du irgendwas über ihren Charakter in Erfahrung bringen können vorher? Ja, du bist absolut mein Typ und mein Match, weil du hast gemachte Lippen, du hast gemachte Brüste, du hast gemachte Wimpern und das Microblading gefällt mir auch, oder was? Das ist doch vollkommener Bullshit. Ihre Brüste, ihre Lippen, ihre Haare, ihre Zähne, ihr Auge, ihr Herz, ihr Arsch, alles Geile. Ich würde mich wirklich, 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 wirklich fragen, was die Mutter sich denkt, wenn sie das guckt. Ich hoffe, sie versteht Deutsch nicht, weil ich würde mich so ärgern über meinen Sohn, also wirklich schon über mich selber auch. Ich würde wahrscheinlich bereuen, dass ich mich besamen lassen habe und dann würde ich auch noch ein paar andere Steps bereuen, weil ich würde mich fragen, wie ist das aus ihm geworden? Hat ich ihm das vermittelt? Da sie ein bisschen Spannung in die Sendung bringen wollen, spielen sie ein Spiel, beziehungsweise eine Fragerunde wird in Gang gesetzt. Wer würde mit wem, warum gerne in den Boom Boom Room gehen? Ich würde mit dem Martin in den Boom Boom Room gehen, weil er einfach eine geile Sau ist und ich glaube, der ist ein sehr aktiver Typ. Ich stelle mir das gerade vor, da werden wieder Erinnerungen wachgerufen an Bilder, die ich gesehen habe am Sonntag, dass Martin jetzt passiv ist. Das wäre dann ja das Szenario, dass sie sich da irgendwas umschneiden würde und ihn dann penetrieren würde, weil sie ist dann ja die aktive Maus. Es ist ja alles möglich und auch alles legitim und alles hat seine Daseinsberechtigung, aber ich glaube nicht, dass der Martin dafür zu haben wäre. Dafür steht er sich zu doll im Weg, also weil er sagt ja, er ist voll der Checker vom Mekka und so, ich kann mir das bei dem einfach nicht vorstellen. Fabian, nee, Fabio wird netterweise auch gefragt, einfach nur, damit es kein Mobbing wird und man ihn so ausschließt, aber Jucken tut das glaube ich nicht so viel, mit wem er gerne in den Boom Boom Room gehen würde. Meine Vorstellung wäre mit der Zzzz. Er macht es so richtig auf spannend, er so, warte, warte, ihr wollt bestimmt alle wissen, wer es ist, warte, zzzz, und alle so, nein, 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 bitte nicht, ich bitte nicht, ich, nein, ich will nicht, nein, nein, danke, ich hab schon, ich hab auch gerade das Ufer gewechselt, ciao. Isabel, und ich wurde sehr gerne, der umgedrehte 69 mit mich oben. Also ich glaube, dass Isabel ihn wegen eines Image-Schadens verklagen könnte, weil wenn du dann mit so einer Fantasie vom Fabio in Verbindung gebracht wirst im deutschen Fernsehen oder im deutschen RZ Plus, dann kann das schon sehr image-schädigend sein. Ricarda hat auch ein paar, nee, nicht Ricarda, sorry, ihre Nachfolgerin, die übrigens vielleicht doch nicht ihre Nachfolgerin ist, weil die YouTube-Schnuffelhasen, das hab ich auch noch nie genannt, die Schnuffelhasen haben mir fleißig zwei Dinge geschickt an den letzten Tagen. Das eine ist Hanna und Sandwich, ja, sie sind zusammen. Ja, ich weiß das auch schon ein bisschen länger, und zwar seit der Veranstaltung bei Dr. Sinsen, auf der ich ja auch mit Hanna geredet habe, da hat sie mir das schon verraten, aber es muss dann natürlich ein Geheimnis bleiben. Wollt ihr, dass ich die beiden interviewe? Ich hab der Hanna schon geschrieben, ja, ob ich so richtig was Qualitatives aus dem Sandwich rausbekomme, weiß ich nicht, aber ich würde natürlich gerne wissen, was die beiden bewegt hat, sich füreinander zu entscheiden. Viele von euch haben gesagt, da dachten sie, die Hanna hätte sich jetzt für ein gutes Leben entschieden, aber dann ist sie schon wieder mit einer Fehlentscheidung durch das Leben geschlittert. Wir wissen es nicht, die scheinen jetzt aber auch schon ein paar Monate zusammen zu sein, mal gucken, vielleicht kann ich mit denen ja auch so einen Beziehungstest machen, und ich würde natürlich auch gerne wissen, was die Hanna denkt über die Ex- und die Beach-Ausstrahlung. So, die Hoffnung ist halt nur, dass der Sandwich mir das nicht zu übergenommen hat, wie ich ihn geroasted habe, beziehungsweise was ich denke über seine wirklich schlechten Anmachsprüche. Aber das Zweite, was ich von euch bekommen habe, ist, dass Ricarda gesichtet wurde mit Maurice. Ich hab auch Bilder, ja, sie waren unterwegs, ja, dürfen sie das? Ist das nicht eine Vertragsstrafe wert? Was ist da am Happening? Während wir Sex haben, wäre es schön, wenn du meine Füße in den Mund dabei hättest. Danke, danke. Also, das ist die Fantasie von Ricarda, ich finde das nicht schlimm, ne, ob ich schon mal einen Fuß im Mund hatte, who knows, so, aber, ne, das sag ich aber who knows, ne, also ich würde niemals etwas verneinen, obwohl es der Wahrheit entspricht, weil ich dann nicht lügen möchte, ne, dann mach ich mich schon so transparent, ne, das kann ich auch einmal an meine YouTube-Kollegen weitergeben, nicht lügen, ne, weil Lügen haben kurze Beine, ihr Süßen. So, aber was ich hier noch sagen möchte ist, ähm, die Ricarda findet das jetzt eklig, dass die Cecilia die Füße in den Mund von Maurice stecken würde, während er sie penetriert. Ähm, Süße, du hast auch einen, ähm, eine Vorliebe im Bett, die nicht jedermanns Sache ist. Also, ich wäre an deiner Seite, an deiner, an deiner Stelle sehr, sehr tolerant. Ich würde heute am liebsten in den Boom-Boom-Raum gehen. Ja, er denkt auch, das juckt ganz Deutschland, ne, weil er auch glaubt, alle wollen mit ihm schlafen. Nein, mein Schatz, es juckt keinen Schwanz mehr. Mit der Ricarda! Also, ja, ne, Franzi, du dachtest, äh, das ist Boyfriend-Material und du kannst ihn ändern und du wolltest, dass er dir etwas beweist, was er gar nicht beweisen kann, das habe ich von Anfang an gesagt. Er durfte nämlich der Ricarda heute den Selbstbräuner auftragen, mit so einem Handschuh auf ihrem Po und, ja, und jetzt würde er gerne mit ihr auch in den Boom-Boom-Raum. Und Franzi denkt jetzt so, hä? Aber ich hab doch gedacht, dass er mir etwas beweisen will. Und sich da richtig wegflanken, so, und bis das rauskommt, wird's dann weggeballert werden, so, weißt du nicht? Boah, ich kotze gleich. Ich kotze gleich so im Strahl, ne, aber ich mach's jetzt einfach nicht, weil ich will jetzt hier mir den Wochenstart nicht vermiesen lassen. By the way, hab ich auch gelesen, dass einige von euch finden, ich würde die Franzi unfair behandeln, Franzi und ich schreiben, Franzi und ich wollen uns treffen, Franzi feiert meine Reactions, macht euch keine Sorgen. Die Leute, die selbstironisch sind, die verstehen dieses Ganze, dieses ganze Zusatzangebot an Unterhaltung, parodischer Natur, weil wir sind hier keine Meinungsblogger, ne, hab ich gehört, dass einige das so nennen. Ähm, also, ich glaub, ich hab, ich brauch euch nicht meine Meinung mitzuteilen, sondern ich will euch auch unterhalten, aber ihr könnt euch bestimmt eure eigene Meinung bilden. Komisch, weil er ja auch vor paar Tagen noch was von Franzi wollte. Ne, das ist gar nicht komisch. Der will auch immer noch was von Franzi. Also, das ist alles parallel bei ihm. Der will was von der, der will was von der und der und weißt du, was ich meine? Also, das ist überhaupt nicht komisch. Das ist einfach der Calvin. Ja, also, ich glaub, Franzi, die hat halt Gutes gesehen, wo nix Gutes ist. I'm sorry, aber das ist nun mal so. Das ist halt wirklich einfach so. Einfach auf den Punkt gebracht. Nicht mehr und nicht weniger. Da ist nix zu holen beim Calvin. Wenn Riccarda ihn mehr reizt als ich, dann find ich das irgendwie verletzend. Das soll dich doch nicht verletzen. Guck mal, der Junge, der ist vielleicht mal irgendwie vom Wickeltisch gefallen oder so. Da musste der sich irgendwie aufblasen, ne, zu so einem Muckimann. Und dann tut ja hier die TV-Präsenz auch noch ihr, ja, den Rest, ne, die pusht ihn auch. Und er versucht eigentlich überall immer nur Anerkennung zu bekommen. Ne, dass Leute ihn feiern, ne, dass Frauen ihm Bestätigung geben. Der weiß selber gar nicht, wer er ist ohne dieses ganze Firlefanz drumherum. So, und deswegen kann der sich nicht aufrichtig auf eine Frau einlassen. Aber das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Das ist schon lange vor dir passiert. Als der, weiß ich nicht, fünf war oder so oder sechs oder eins oder zwei oder drei. Ne, der Junge hat kein Urvertrauen. Das ist der Knackpunkt, die Pointe. Und deswegen kann der sich gar nicht auf Gefühle einlassen. Der hat auch nicht mal Gefühle sich gegenüber. Wie soll er da ehrliche Gefühle jemand anderem gegenüber haben? Verstehst du? Naja, ich dachte halt irgendwie, dass ich vielleicht ein bisschen was Besonderes für ihn bin oder keine Ahnung. Guck mal, dafür müsste er etwas Besonderes für sich selbst sein. Du bist was Besonderes. Wenn du denkst und fühlst, dass du etwas Besonderes bist, dann bist du etwas Besonderes. Mit oder ohne Nagelack. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Was in seiner Birne, in seiner Rübe vorgeht. Ihr hat halt diese Aussage gefallen mit dem Heiligenschein. Und dann hat sie halt gedacht, okay, vielleicht ist der Calvin doch nicht Calvin. Und den kann man kennenlernen und der will vielleicht was Ernstes. Nein, da will den Denitiv nichts Ernstes. Und ich weiß auch nicht, warum sie das braucht für sich selber, für ihr Ego oder für ihren Selbstwert, dass man sie als Frau mit Heiligenschein abtut. Deine Genitalien sind dazu da, um genutzt zu werden. Also benutzt sie, solange es gut tut. Aber du brauchst keinen Heiligenschein, um etwas Besonderes zu sein. Das ist nichts Besonderes. Können wir jetzt einmal die Carina, die hübsche Carina, einmal fragen, was sie denn jetzt so sagt und was sie der Franzi rät? Ich glaube nicht immer alles, was man dir sagt. Sei nicht so blauäugig. Sei nicht mehr blauäugig. Hol dir vielleicht braune Linsen oder irgendwie sowas. Sei einfach nicht mehr so. Ja, was sagt denn jetzt der Calvin dazu? Also ich meine, der Calvin wusste ja, wie labil die Franzi ist. Das hat sie mir auch gesagt, dass sie super naiv ist und so. Und dass sie Männern, bösen Männern immer so traut und bla. Und dann hat er ja in der letzten Folge gesagt, ja, früher einfach nur weggeflankt. Und jetzt könnte man sich verlieben. Und dann, obwohl er weiß, wie sie zu Männern steht und den Kontakt zu Männern, hat er sie ja geknutscht. So, und warum verletzt er sie jetzt? Und sieht er das jetzt auch ein, dass das falsch war, dass er sie überhaupt angefasst hat? Ach, so Blöff, Alter. Jetzt tut alle, wie so, als ob ich hier irgendwelche Frauen irgendwie das Blaue vom Himmel erzähle. Nee, aber du hättest sie ja auch einfach nicht küssen können, weil du ja wusstest, dass sie damit nicht fein ist. So, da warst du einfach super egoistisch wieder, weil du deine Sendezeit haben wolltest und weil du Deutschland klar machen wolltest, dass du wer bist. So, und das ist das Problem. Hättest du sie einfach gar nicht geküsst? Komm, was wäre cooler gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ey, ich hätte die dran zu oben gerne weggenagelt oder was, damit sie sich noch mehr Hoffnung macht. Nee, oh, ja und jetzt macht er so Vergleiche, die überhaupt keinen Sinn machen. Am coolsten wäre gewesen, wenn du einen Bogen um sie gemacht hättest. Verstehst du? Von Anfang an und dir nicht irgendeine Scheiße erzählt hättest, wie toll du das findest, dass sie so besonders ist und keine Ahnung. Für was Ernstes habe ich hier gerade nichts in Aussicht. Oh, wenn er sein nächstes Date hat, ne, wenn er sein nächstes Date hat und dann da wieder sitzt und dann seinen Standardtext sagt, so wie, ey, lieber habe ich hier eine Freundin, als 1000 Euro zu gewinnen. Und wenn er das nochmal sagt, ja, dann verliere ich komplett die Hoffnung bei ihm. So, weil die ganze Zeit erzählt er, er will ja jemanden kennenlernen und jetzt ist hier auf einmal niemand mehr, wo er was Ernstes sich vorstellen kann. Wenn er jetzt noch einmal sagt, dass er auf der Suche nach einer Freundin ist in dieser Show, ne, dann fresse ich einen Besen, aber wirklich hier im Video. Hab ich zu der Franzi klipp und klar gesagt. Ich schwöre, soll mich der Blitz treffen. Leider war es an einem Tag von den Wetterverhältnissen nicht möglich. Es ist halt schade, dass es immer die trifft, die am pursten so und am reinsten mit dem Herzen dabei sind. Es ist so ganz so pur und rein, bin ich nicht. Also schon ein bisschen Plastik, Hyaluron und so. Hyaluron, Blotox, Kleber und so. Ist schon da, ne, ganz rein, bin ich nicht. Aber, ähm, ich meine, der Amadou wäre jetzt auch ein guter Trostpreis. So wie er dann in der Unterhose ihren Honig ums Maul schmiert in der Küche, ganz oben beobachtet. Du bist so wie ein typisch Fackboy, Mann. Nein, doch. Aus, aus, nein. Doch, aber das möchte ich gar nicht sein. Ja, aber du bist so, du bist einfach nicht einig. Ja, aber das möchte ich gar nicht sein. Aber bei jeder Möglichkeit, wo er einmal schön raushängen lassen kann, dass er wieder eine weggeflankt hat, tut das. Ja, also er hat dann keine Kontrolle über seinen, seine, seinen Willen oder was. Das ist so kurz vorm Schlafen gehen. Also ich meine, Kevin, spar dir doch einfach diese Fragen. Du siehst doch, dass sie anders ist und du kannst dir doch bestimmt vorstellen, warum. Alles gut, ganz sicher habe ich was Falsches gesagt. Nee, gar nicht. Jetzt haben wir den nächsten Tag und er stellt schon wieder diese dumme Frage. Wie geht's denn? Gut, und dir? Gut. Mal los gestern. Weil es durch so einen Spruch von ihr halt nicht so cool und dann, ja, du halt mit der Kader da, ne. Ach so. Aber im Nachhinein alles okay. Ich glaube einfach, wir haben ja alles im Endeffekt viel zu viel. Boah, zum Glück. Sie gibt ihm gar nicht so dieses, dieses, dieses Vergnügen, dass sie da jetzt broken ist oder sauer oder irgendwie sowas, sondern ich hoffe, sie schließt wirklich damit ab. Aber dass er auch fragt, ja, welchen Spruch, ja, welchen wohl, welcher könnte ihr negativ aufgestoßen sein? Ich habe da einfach viel zu viel reininterpretiert jetzt im Nachhinein. Ich glaube, Kevin denkt halt manchmal nicht ganz nach, ne, was er so da sagt. Der Kevin halt, ne. Und deswegen wohnt er auch bei Mami, weil er wahrscheinlich gar nicht in der Lage wäre, alleine eine Wohnung anzumieten, weil er halt einfach nicht eher seiner Gedanken ist, ne. Der weiß halt einfach nicht, was er sagt, wenn er was sagt. Ja, aber du bist okay für mich. Gut so. Brust raus, Bauch rein, Po raus, Haare schön locken und dann weiter im Leben. Tough sein. Ne, du findest schon das, was du suchst. Glaub nur an dich. Jetzt gucken wir uns einmal das Dating-Verhalten, das Flirt-Verhalten von Maurice an. Die viele Bilder gehen vor mir. Warum macht man das? Was ist das für ein Gesprächsthema? Cecilia will ein Kind von mir? Und dann, als wenn das nicht schon das Schlimmste überhaupt ist, was man so sagen kann. Also ich meine, so, woher kommt das? Aus welcher Ecke deines Gehirns kommt das? Kommt das noch mit einem Thema, was noch schlimmer ist? Und zwar sagt er, deine Freundinnen stehen oder würden bestimmt alle auf mich stehen. So, also ich meine, das muss man auch erst mal denken können, ne. So, wieso möchte man, dass die Freundinnen deiner Freundin auf dich stehen? Und wieso bringt man das zur Sprache? Und Cecilia sagt so, nein, auf gar keinen Fall. Hundertprozentig. Nein. Lass uns neutral im Club gehen. Das interessiert mich einen Scheißdreck, dann mach das doch selber. Wieso kann man so Probleme haben? Jetzt mal endlich. Weswegen er auf Mama schwört. Also ich meine, die kann ihm ja nicht so wichtig sein, ne. Wenn er sie in so einem asozialen Kontext da so mit einfließen lässt. So, ich meine, und dass Ricarda jetzt, ähm, nicht Ricarda, sorry, Cecilia ausrastet. Also ich würde nicht ausrasten, ich würde ihn auslachen und würde sagen, Junge, such dir Hilfe, ne. So, aber sie rastet halt aus. Ja, meine Freunde können meinen Freund hübsch hütten, wie sie wollen, das ist kein Problem. Aber ich will keinen Mann haben, denen es wichtig ist, dass meine Freunde sagen, boah, ist der sexy, ich will ihn auch haben. Bist du im falschen Film, Marc? Bist du im falschen Film? Bei ihr ist aber richtig an der richtigen Adresse. So richtig so, voll auf den Punkt gebracht, worum es eigentlich geht. Und dann so, bist du im falschen Film? Bist du völlig durchgeknallt? Also, ich meine, wie oft bist du bitte gegen die Wand gelaufen? Was ist dein verdammtes Problem? Ja, weißt du, meine Ex-Freunde sahen auch gut aus. Denkst du, was interessiert meine Freunde? Was schreifst du drum? Was schreifst du drum? Ja, also halt deine Klappe. Oh Gott, ihr übertreibt deine Lagen. Ja, ihr übertreibt meine Lagen. Du kannst mit deinen anderen spazieren, aber nicht mit mir. Ja, das ist so richtig, aber das ist besser. Okay, und jetzt hat er versucht, sein Ego zu pushen irgendwie, weil irgendwie scheint es ja da wirklich wehzutun bei ihm. Jetzt hat er versucht, sich irgendwie wertiger zu machen, indem er dieses fucking Thema aufgemacht hat. Und jetzt passt es ihm wieder nicht, wie sie mit ihm redet, weil er hätte gerne ein bisschen Wertschätzung und Anerkennung. Immerhin hat er den Smalltalk aufrechterhalten. Nee, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Mach ja. Du Scheiße. Er versteht ja jetzt auch nicht, wo der Fehler war. Er versteht auch nicht, dass er dieses Thema nie wieder anreißen sollte. Bei niemandem mehr auf dieser Welt. Er denkt jetzt, sie übertreibt. Mücke Elefant, ich schwöre. Ja, genau. Das war jetzt aber keine Mücke. Das ist so einfach ein No-Go. Verstehst du? Das ist so, als wenn, ich weiß gar nicht, wo mich das vergleichen soll. Es ist einfach so, mach es einfach nicht mehr, lieber Maurice. Ich meine, du siehst so gut aus, weißt du. Und irgendwie, ich habe Love Island ja auch nur irgendwie zwei Folgen oder so geguckt. Und da habe ich wirklich nur seine Hülle gesehen. Und ich wünschte dabei, wäre es geblieben. Weil jetzt, wo man das Innere irgendwie kennt, so die Gedankengänge und so. Ich bin ja schockiert, ne. Ich bin wirklich schockiert. Jetzt kommen wir zu Mischa und Anna. Also was bei den beiden abgeht, keine Ahnung. Irgendwas stinkt mir da gewaltig. Also irgendwas fühlen die beiden im Schilde. Entweder die waren vorher ein Paar und haben sich geeinigt wegen des Fames da drin so zu tun, als wenn sie es nicht wären. Oder irgendwas gefällt mir nicht. Das wollte ich aber nicht. Wie? Ja, dass du jetzt hier von Bett zu Bett steigst. Ich bin hier so eine kleine... Wanderruhe geworden. So, also sie findet das ja lustig. Er hat jetzt einfach so scherzhaft ihren Satz vervollständigt. Ich weiß nicht, wofür das eine Vorlage war ihrerseits. Es geht darum, dass sie so häufig die Betten wechselt. Und dann hat sie gesagt, ja, dann bin ich halt eine Kleine. Und dann hat er gesagt, Wanderhure. Und dann hat sie gelacht. Also ich meine, was wollte sie sonst sagen? Eine kleine Hüpfmaus oder... Weiß ich nicht. Also würde mich ja interessieren. Aber sie findet das jetzt erstmal lustig. Wir halten das jetzt einfach mal so fest. Und jetzt geht es um Franzi, die ja einen Heiligenschein hat. Und die würde ja niemals mit jemandem rummachen oder irgendwie sowas. Weil sie will die wahre Liebe. Und ja, jetzt haben sie heute aber eine Party. Und da passiert was. Ja, also Luca hat mich geküsst. War cool. Okay. Also hast du das jetzt über Bord geworfen? Diese Gedanken der Aufbewahrung für den Richtigen? Und jetzt kommen wir zurück zu Anna. Viele sitzen da voll. Natürlich, so geben sie sich, wie sie sind. Anna setzt sich dahin wie so eine... Keine Ahnung, jetzt setzt sie ein Vogue-Shooting. I don't know. Hier hat ein Handy geklingelt. Aber hier ist gar kein Handy. Hm. Ganz gut. Woher kommt das? Weil... Ich frag mal so dumm, weil mein Handy ist im Schlafzimmer. Und Katha ist schon am Strand. Und ich denke, sie hat ihr Handy mitgenommen. Hat sie ein Zweithandy? Von dem ich nichts weiß? Geht sie mir fremd? Na, auf jeden Fall, Anna sitzt da so, als wäre sie beim Fotoshooting. Keine Ahnung. Also bei ihm merkt man einfach ganz klar, er will einfach ein bisschen von allem. Und will sich auch nicht so festlegen. Rät sie gerade von sich selber? Oder von sich selbst? Ich weiß gar nicht, was ist das Richtige? Selber oder selbst? I don't know. Weil sie hat ja auch gesagt, Martin schmeckt. Micha schmeckt. Das waren so ihre Aussagen in der ersten Folge. Und die nächste Sache, die ich nicht verstehe, ist jetzt, Selina sieht das, dass Micha mit der Anna redet. Und die ist jetzt auch irgendwie gekränkt. Und dann crasht sie ein Gespräch zwischen Franzi und Calvin. Franzi, die ja eh schon irgendwie verletzt ist. Und dann setzt sich die Selina vor der Franzi auf den Schoß von Calvin. Das ist immer so schwer. Was ist denn los? Hä? Was ist denn los? Was ist denn schwer? Ach. Hä? Kompliziert alles. Was denn? Alles. Wer ärgert dich? Ach, der Micha. Ich finde das auch so ein bisschen taktlos von ihr. Also ich meine, wirklich, die Franzi ist jetzt nicht zusammen mit dem Calvin. Aber ich meine, die Selina kann sich doch vorstellen, dass das der Franzi wehtut. Oder wissen alle im Haus, dass Franzi nur so tut. Also irgendwie verstehe ich das jetzt nicht. Und Franzi verpieselt sich, weil es scheint sie doch zu stören. Und dann bemerkt Selina aber, oh, es passiert was. Es wird sapschiger. Ich bin gerade voll geil geworden. Ich weiß auch nicht warum. Warum? Weiß nicht. Wo? Ähm, Arschloch. Also hinten rum. Ja, und dann weiß er, was zu tun ist. Wo denn? Ja, unten. Und jetzt kommen wir schon zu dieser Matching-Night. Ja. Und, ähm, erst mal geht's um, äh, hier, Cecilia. Ich sag mal Riccarda zu ihr. Entschuldigung. Es geht um Cecilia. Ähm, die, äh, findet, äh, mit Maurice, das Ganze ist eventuell nicht ganz so gesund. Und deswegen hat sie heute auch den Amadou gewählt. Bei Maurice und mir ist das eine Hassliebe. Das ist so eine Sache, das macht mich selber hier oben verrückt. Ne? Ist ja nicht so, dass ich mir das aussuche. Das ist ja, also, das macht sie nicht verrückt, sondern das war sie ja vorher schon. Und deswegen, äh, zieht sie auch so einen Mann wie, äh, Maurice an. Und das ist halt, wie sie schon sagt, etwas, was sie sich nicht aussucht. Das ist halt einfach stärker als sie. Aber da gibt es eine Lösung für, äh, Therapie. Oder Stephanie Stahl. Oder einfach mit sich selber beschäftigen. Weil dann kann man so eine Menschen auch einfach leichter abstoßen. Weil man einfach, einfach merkt, dass die noch ganz woanders sind. Aber wenn man selber so auf dem Level ist, dann gibt man sich mit sowas ab. Also ich meine so, deine Freundinnen finden mich bestimmt geil. Ist absolut Red Flag Ciao Kakao. Nie wieder miteinander reden. Ja. Und jetzt kommt unsere süße Anna. Und ich finde, Anna sollte vielleicht nochmal ein kleines Laufstecktraining nehmen. Weil das sieht ein bisschen so aus wie in diesem Film. Kennt ihr das, wo die Schauspielerin oder der Schauspieler über Nacht Frau wurde? Und dann auf den Stöckelschuh nicht gehen konnte? Also kein Stöckelschuh-Shaming. So, ne? Aber süße, das könntest du vielleicht schon nochmal machen, ne? Bisschen in so die Laufschritte investieren. Micha hat ja gesagt, du bist eine Wanderruhe. Ja, aber das war ja nur ein Scherz, oder? Weil jetzt ist Anna so, hm, ja. Also ich habe ihm quasi schon die Vorlage gegeben und ich habe mich totgelacht darüber. Und eigentlich war es bis jetzt auch kein Problem für mich. Aber jetzt, wo das hier so dramatisch dargestellt wird in der Matching-Night, ja, das könnte ausgestrahlt werden, ja, das könnte interessant sein. Ja, hat auch wirklich. Und jetzt darf Sascha, nee, Micha einmal erklären, dass das wirklich nur ein Scherz war. Sie ist mal hier mal da, jetzt die letzten Tage gewesen. Also doch nicht auf dem Feld. Ich konnte sie ja nie einschätzen, so richtig. Oh nein, er steht dazu. Der meint das wirklich so. Ja gut, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Ja, aber trotzdem finde ich das, was die miteinander haben, irgendwie ganz komisch und merkwürdig und verdächtig. Denkt mir doch so, ja, der hat das wahrscheinlich gar nicht böse gemeint. So wie, ach, ich bin einfach zu gutmütig, ne? Ja, du bist zu gutmütig und du bist schon eine extreme Darstellerin, ne? Kann man das so sagen? Eventuell hat sie das verletzt. Ja, gebe ich zu, sie weint ja auch gleich. Aber dieses, wer weint denn so, ne? Also so, habt ihr das, habt ihr das im Kasten, ja? Nein, weiß ich nicht, ob ich ihr das 100%ig glaube. Wahrscheinlich mache ich mich jetzt wieder unbeliebt, weil man sagt dann, ja, ein Opfer, wie weint ein Opfer? I don't know. Ja, ich kann nur sagen, ich würde so nicht heulen. Also so eine Respektlosigkeit hier, das ist einfach nicht fair. Also, ja, ist auch nicht fair, ne? Ich hätte ihm wahrscheinlich direkt just in moment, just in time in der heutigen Szene da auf diesem Liegebett eine gescheuert, weil er hat es ja auch nicht zum ersten Mal gesagt. Es ist ja nicht so, als würde sie das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert worden sein und sie wusste nicht, wie sie reagieren soll. Nein, er schießt ja diese, wie nennt sich das denn, Giftpfeile ja schon seit Längerem in ihre Richtung. Also meiner Meinung nach, das gehört ja einfach nicht hin. Man kann immer sagen, dass man irgendwas nicht leiden kann, dass man irgendwas nicht gut findet, aber mach es doch respektvoll. Ja, also ich musste sagen, ich finde das nicht so cool, dass du so häufig die Männer wechselst wie Unterhosen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine respektvollere Art gewesen. Nein, also Leute, Slutshaming geht gar nicht, Doppelmoral auch nicht. Ich finde die beiden nur ein bisschen weird zusammen. Sie noch ein bisschen weirder als ihn eigentlich, deswegen fällt es mir wahrscheinlich schwer, gerade Empathie zu zeigen. Aber ich habe nicht mein Herz verloren. Ich sage euch das ganz ehrlich, bei jeder anderen hätte ich das jetzt auch noch ein bisschen mehr gefühlt. Aber die Anna fühle ich leider nicht, weil ich glaube, dass sie eine Lügnerin ist. Und ich glaube, sie liebt es auch, sich ziemlich doll in Szene zu setzen. Deswegen fühle ich das gerade semi. Selina, was sagst du dazu? Selina ist jetzt wirklich komplett geschockt, weil zum einen macht es sie super sauer, dass er die eine da als Wanderhure bezeichnet hat. Und zum anderen kommt noch mal raus, dass er wirklich gesagt hat oder gesagt haben soll, Selina sei Tschüssikowski, sobald Anna sich wieder für den Mischer entscheiden würde. Und das macht sie sauer. Ich schaue mich um in der Villa. Ich habe mich zu keinem irgendwie offen bekannt. Vielleicht habe ich auch nicht immer mit offenen Karten gespielt. Ganz vielleicht hast du das nicht. Also ich meine, dieses vielleicht kannst du doch sonst wo hinstecken, weil du hast der Selina ja dreist ins Gesicht gelogen. Aber der Selina war das auch egal. Weil die hat ja uns erzählt, sie glaubt dir nicht, sie glaubt der Anna nicht, aber sie findet dich einfach trotzdem geil. Also hat sie die Lüge, die Potenziale ja schon hingenommen. Deswegen weiß ich nicht, warum es jetzt noch mal so negativ und sauer aufstößt bei ihr. Franzi, wen wählst du denn? Dem Mischer. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist eine doofe Wahl. Eigentlich hatten wir supertolle, oder wir haben supertolle Gespräche, wir haben denselben Humor. Mit ihm konnte ich immer lachen, aber die Aussage Wanderhure ist für mich unter der Gürtellinie. Und was ich derbe geil finde, ist die Loyalität hier unter Frauen. Dass die einfach sagt so, nein, ist ein absolutes No-Go. Werde ich jetzt nicht kaschieren und irgendwie überhört haben oder so. Geht einfach nicht. Deswegen könnte ich jetzt noch mal wählen, würde ich definitiv dich nicht wählen. Jetzt gibt man dem Mischer noch mal die Möglichkeit, das Ganze gerade zu rücken. Was genau meinst du mit Wanderhure? Ja, was hast du denn gemeint mit Wanderhure dann? Das habe ich ja gerade schon gesagt. Die ist überall und nirgendwo. Und deswegen kann ich sie da hingegen schlecht einschätzen, wie gesagt. Der Arme. Das tut mir wirklich leid für den. Dass der da jetzt die Kurve nicht gekriegt hat und nicht gerallt hat, dass das nicht cool ist. Hat mit jedem Spaß hier. Und da denke ich halt, hoffentlich entspricht er dem Klischee und ist gut im Bett. Weil die hellste Kerze auf der Torte scheint da denitiv nicht zu sein. Du widersprichst, es macht keinen Sinn, was aus deinem Maul kommt. Kein Sinn. Jetzt ist sie sauer, die Anna. Jetzt hat sie nämlich gemerkt, nach fünf Anläufen, das kann kein Scherz gewesen sein. Das Lat schenkt mich ja wirklich. Echt? Und jetzt fahre ich die Krallen aus. Der sagt keiner Frau zu 100 Prozent, was er will. Also der macht immer da ein bisschen und hier ein bisschen. Und findet es, glaube ich, toll, wenn alle ihn dann so ein bisschen wollen. Das ist ja eigentlich ihr Lebensmotto, oder? Also so wie ich sie bislang wahrgenommen habe, ist genau das, das, wonach sie strebt und sich sehnt. Und warum sie mit jedem knutscht und warum sie auf einmal wieder die heiße Blondine ist. Und warum sie auch niemals glücklich damit wäre, wenn er mich halt sagen würde, ich nehme dich. Weil sie könnte das ja tun, aber macht sie ja nicht. Weil sie will das ja auch nicht. Sie will die Sendezeit, sie will die Bestätigung, sie will das spielen. Wer mich mag, der mag mich. Und wer nicht, der kann mich. Ganz ehrlich so, diese Schiene. Also diese Schiene so. Ich seh auch gar nicht ein, warum ich ehrlich sein sollte in Zukunft in meinem Leben. Das ist einfach nicht mein Ding. Wer will, der will. Und wer nicht, der hat dann schon. Und das hat dann ja auch gar nichts mit mir zu tun. Ricarda, die Abgelehnte, die eigenverschuldet Abgelehnte, weil sie einfach auch gelogen hat, bis der Pümmel wieder schlaff wurde. Warum ist das denn mit euch beiden jetzt in die Brüche gegangen? Aber ich glaube, es passt halt einfach nicht, weil das mit der... Weil er nicht wollte? Weil wir beide nicht wollten, ne? Bleibt jetzt auch erstmal so. Maurice, du grinst so. Was sagst du dazu? Ist er oberen Haut oder was? Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist durch. Wie durch es ist, können wir ja sehen. Ihr seid da in der Stadt zusammen zu sehen. Das ist ja nicht so schlau. Auf jeden Fall kann man sehen, wie die Tomala Tomat, die ihr so richtig eins reinwürgen will. Ist vorbei, vielleicht weil er gar nicht mehr möchte. Und Ricarda so, nee, nee. Klar, ich habe ihn am Ende noch versucht zu bedrohen, dass ich gehe, wenn er mich nicht nimmt. Aber nee, ist es, weil wir beide nicht möchten. Ganz klar. Selina, was ist denn jetzt mit dir? Ist dir jetzt wieder eingefallen, dass du ja schon damit gerechnet hast, dass der Micha dich anlügt? Also ist deine Wut jetzt wieder weg oder bist du jetzt trotzdem wieder sauer? Wer kann denn einmal die scheiß Wahrheit sagen? Ich weiß gar nicht mehr, auf was ich hören soll. Was hast du mich gefragt? Boah, Micha, dafür hätte sie dir einen Joghurtbecher ins Gesicht werfen sollen. Nein, 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 das ist körperliche Gewalt. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Nein, aber es ist so, warum stellt man dann so eine Frage? Das ist genauso wie wenn der Calvin fragt, was habe ich denn gestern falsch gesagt? Und dann sagt hier der Micha, welche Frage hast du mir denn gestern gestellt? Ob das stimmt? Ich habe dich das gestern gefragt. Du hast gesagt, nein, so hast du es nicht gesagt. Das ist so unsexy. Es ist einfach unsexy, es tut mir leid. Ich glaube, ich muss es zurücknehmen. Micha, es ist vorbei. Du kannst mir gerne in einem Live-Interview, kannst du mich noch vom Gegenteil überzeugen, dass ich dich eventuell doch noch heiß finde, aber jetzt erst mal ist es zu. Weil das geht gar nicht. Gina, Gina hat wieder so Lebensfreude entdeckt und es liegt an Felix, weil es ist endlich mal ein anständiger Kerl da reingekommen, der richtiges Zukunftspotenzial hat, weil es ihm so sehr auf die inneren Werte der Frauen ankommt. Und Gina, wie geht es dir? Ja, macht Spaß, ich fühle mich wohl bei ihm. Seitdem hast du auch wieder bessere Laune, finde ich gut. Ja, da sieht man mal, was ein Mann so ausmacht. Ja, wenn man sich das selber nicht geben kann, dann muss das irgendwie ein Mann machen. Darüber möchte ich gerne mit Michael und euch im Live-Chat am Sonntag in unserem Talk reden, ob es gut ist, wenn man sich nur gut fühlt, weil ein Mann jetzt in das Leben gekommen ist. Und wir reden auch noch nicht mal drüber, was für eine Art von Mann reingekommen ist. Nun ist es so, dass Gina wählen darf zwischen Calvin und zwischen Felix. Calvin, wie fühlst du dich hier in der Ménage à Trois? Äh, gut. Weißt du, was das heißt? Nee. Aber man weiß das denn schon. Ja, aber das ist ja gar nicht lustig. Das ist ja der Grund, wieso er für alles werben würde. Sag doch, was heißt das? Also, Ménage à Trois, könnte jetzt ein Analbums sein oder sowas. Sag doch, finde ich gut. Sag doch einfach, steh doch einfach dazu. Das ist ja das Problem. Bist du so ein krasser Typ, dann steh doch dazu, dass du das jetzt gerade nicht verstanden hast. Und er sagt doch so, ja. Und genau so war das auch bei diesem Film, wo er dann für alles werben würde, Hauptsache, ja, keine Ahnung, kommt jetzt irgendwie cool an, Hauptsache eine Kamera ist auf ihn gerichtet und er darf was sagen. Ménage à Trois. Welcher normale Bürger weiß denn, was das heißt, Alter? Sag mal bitte. Darum geht es gar nicht. Aber welcher normale Bürger würde sich noch gerne mit dir unterhalten, weil er jetzt nämlich weiß, dass du niemals sagen würdest, was du wirklich denkst? Du bist einfach so eine, wie so eine Fläche, keine Ahnung. Sag doch dann einfach, dass du nicht weißt, was das bedeutet. Ja? Ja. Also ich bin jetzt fertig, Leute. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß heute bei diesem Video. Ich sage Tschüss. Keep your nails colored. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und zwar morgen schon mit der zweiten Folge Iso One. Also nicht der zweiten, sondern der zwölften. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.